Willkommen, mein Name ist AnirioLP und ich begrüß euch zurück zu Let's Play Fallout 4 und Nick ist gerade sehr gruselig auf mich zugekommen. Wir sind immer noch auf der Suche nach Eddie Winters Holobänden. Zwei fehlen glaube ich noch und eins befindet sich irgendwo hier. Erstmal müssen wir die ganzen Raider hier erledigen. Wir müssen die ganze Zeit schon wieder von Kilometer weit entfernen. Nein, was geht? Nein, was geht? Was geht? Was geht? Oh Gott! Oh Gott! Wo kommt ihr denn her? Sparta! Das ist Sparta! Das ist Sparta! Oh Gott! Guck mal her! Oh Gott, hat mich ganz schön erwischt! Scheiße! Merde. Gucken wir hin. Verdammt! Lick! blick wir schwächlinge ja wegküsten so kommt ja auf einmal ein ganzes Bataillon von neben aus oh Sparta das was besonderes hab ich mir gedacht wo wir jetzt hier alle fertig gemacht dann können wir uns ja hier in ruhe umsehen was mit asthmatischem Anfall Nick oder warum macht er immer so eine ganz schöne menge psychologen nimmst warum hat er so viel genommen ich dachte erst er wäre eine schleife gefangen aber dann hat er irgendwann aufgehört also war das wohl irgendwie so beabsichtig irgendwie so ich hab keine Ahnung warum macht Nick immer so eine verrückte Kacke jetzt hat er mit der treppe mit der letzten der wollte letzten schon wieder war ich weiß hat genau so den schlüssel nehmen nehme ich jetzt nicht mit aber das hinnehm ich mit pistolen und patrolen mehr kritischen schaden davon wie stark bin ich denn jetzt damit ja ok nicht mehr weit ich wünschte man könnte irgendwo das mal irgendwo in so eine weiß nicht so riesig große tabelle hat wo man so ein bisschen so ein bisschen also so ein bisschen ich habe mich jetzt hier ganz einfach nur der zurem jetzt mal den schlüssel aufzusammeln und so cool ja das brauche ich nicht mehr ja weiß ich nicht mehr Das hat mir gefallen. Was ist jetzt der Zellenschlüssel? Wieso ist er jetzt gerade schon aufgeschlossen? Komm nicht du Junkie. Das ist nicht normal. Der hat einfach um 6 Kilometer genommen. Einfach so. Wiki. Aber er hat dieses eine Rudelband, war nach dem ein alter Partner von Nick. Nehmen wir an. Das ist sowas von zugedröhnt, ne? Gut. Egal. Nehmen wir noch welche? Gut. Kommt er her. Boah. Erstmal wenn ich hier anfange, ey. Dann wird es noch Zeit. Wir sind direkt kaputt. Aua. Pff. Ihr habt wegen nichts ohne Alarm gemacht. Glaub ich wirklich, ob die einen weniger hören würden, wenn ich links aufgewandert hätte. Äh. Äh. Beweglichkeit. Aber ich glaube nicht. Na, hierfür war das, ne? So, aber ich vielleicht habe jetzt schon da, äh, geflündert und welche nicht. Das ist jetzt die Frage. Ich glaube jede schon. Wer macht da? Hm. Ich bin's. Endstation! Ich bin's. Wie ist so geil für einen Nahkampf hier. Wollen wir die Gegner losgehen? Wollen wir den Rückstoß hier ignorieren? Achso, damit kann ich den. Also auch sehr mal erst am Ende. Wie soll ich denn wünschen hier durchkommen? Wenn wir jetzt ein Gegner schon getriggert zu haben. Und dann den irgendwie durch zu aktivieren. Aktivierung. Protektron. Zu diensten. Das war ich nicht. Da muss so sein. So. Das nenne ich mal verstaubt. Ich bin da neben vorbeigelaufen, ne? Ja, hier. Herr da mit. Sch. Nachrichten an Alexandra Strelnikroff. Mein verehrter Mr. Strelnikroff. Ich weiß, dass Personen in ihrem Berufsfeld Diskretion wichtig sind als alles andere. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Scheiß drauf. Ich mein, kommen Sie. Eine Kugel. Einmal klär in die Hand gestafft. Und Sie haben Ron Trevius sauber weggepustet. Sie sind ein Künstler, Sir. Sind alle Auftragskiller aus Russland so gut wie Sie? Das bezweifle ich doch stark. Aber hören Sie. Ihr Geheimnis ist bei mir sicher aufgehoben. Eddie Winter. Ende der Aufnahme. Wann war es nur noch eins? Wir vielleicht sogar in dieser Aufnahme nur kriegen. Hier ist der Ausgang. Oder... Was weiß ich jetzt gar nicht mehr. Kommt mir nicht bekannt vor. Obwohl es das eigentlich sollte, ne? Ich bin hier lang gegangen, genau. Hier war ich da schon. Gucken, wie... Hier ist noch was. Ich bin beinahe ausgegangen, ohne diese Tür zu öffnen. Wo unermesslich Schütze aufgesparten ist wahrscheinlich. Geschafft! Du kannst das ein bisschen zu gut. Ich habe Sie ja ganz schön zerlegt, nicht wahr? Jetzt war abgeschlossen, was? Oh, Entschuldigung. Und noch ein Schüssel, der meinen eventuell nicht verlassen wird. Wenn man die nicht aus dem Inventar rausnehmen kann. Was ich ein bisschen doof finde. Na, finde ich echt ein bisschen doof. Weil... Wenn man die einmal benutzt hat und die Tür schon offen ist, dann sollte man die wirklich aus dem Inventar rausnehmen können. Wenn man die ja nicht dabei hat, dann muss man die alle zwei nicht da, wo man sie... Okay, das... ...macht dann irgendwie nicht so Sinn. Man weiß, wenn man den einfach so irgendwo im Ödland ablegt, dann hat man ihn irgendwo hingelegt und weiß nicht mehr wo der ist und dann kann man nie mehr diese Tür öffnen. Aber das sollte man ja auch nicht, wenn die einmal geöffnet ist, dann sollte man die immer wieder öffnen können. Da ist die irgendwie für die Welt entsperrt. Irgendwie sowas. Aber na gut. So viel Überblick habe ich echt überhaupt nicht hier. So. Dann gehen wir noch ganz schnell zum... ...letzten... ...Politeil-Revier. Wir tun uns da... ...der letzte... ...edl... ...wann jetzt Ellie-Vintar sagen. So Ellie-Vintar. Old Band. Wo ist das letzte da unten? Der Ruin von Quincy. Zeit und Energy. Oh Gott. Ich weiß, was das ist. Vielleicht dieser lebensgefährliche Ort. Ist nicht gut. Aber gut. Mal dabei. Llewe 57 würde ich auch noch gerne erreichen. Vielleicht werde ich noch ein paar Drogen erstellen und so. Auch ein paar Funk-Route. All are welcome. Na ja. Geh mal einfach jetzt da hin. Oder auch nicht. Jetzt sagen wir Quincy. Hallo, na? Au, warte schon. Oh Gott. Garnas. Fester. Keiner davon ist verreckt, wenn sie mich eigentlich... ...ein Arm nehmen. ...ein Arm nehmen. Nicht so gern. Tessas Faust. Was? Vierfache Robustheit. Was? 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 Okay. Die C-Wache Helm habe ich gar nicht... ...lebenbar. T51 Tor. So ist er im Eimer. Nein, verdammt. Das hat gleich gerufen. Bezug auf. Oh ne. genau weil ich die mir abknallen, mann oh mein Gott, ich habe alles geschossen Hilfe Alter, warum halten die alle so viel aus? aber richtig nicht ich wusste, als ob es gefährlich ist, meine Hand das ist doch mal auch mal so nah ist es mir hinzukommen ja ich bin zu mir hingekommen hast du mir einen rein und dann hast du ja das ist halt alter ich will mich unbedingt töten also richtig unbedingt mal ganz normal damit aufhören wir sind einmal an der verdammt noch mal sehr gut jetzt bin ich auch froh weg wo bist du ich muss ein paar sachen bei dir an lagern was ist das 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 war weil er will es gesundheit das kaputt ist sehen was sie da draußen ursprünglich kinder auf Leben und Tod das funktioniert nicht schließen mich gerne von oben ab, ne, da kommt jetzt auch mal von oben, zu euch von da auch noch ein paar Militärer Stad sie haben voll jetzt Passes aufgebaut, Mann 2000 mit sona mit heute macht jetzt auch ein lauf, ne? Heu, wie schade das Ding noch macht, ne? Heu, wie schade das Ding noch, ne? Wer ist hier schon wieder da? Man lernt doch nicht mehr viel AP jetzt. Frag doch mal. Ist doch einfach nicht. So, das ist der andere. So, das ist der andere. Oh mein Gott. Boff. Schade. So. 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 Vielen Dank.